Moin meine Lieben und Willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, so langsam wird es kälter, der Herbst kommt und da ist mit PV nicht mehr viel zu tun. Es sei denn, man übertreibt es wie der Kollege hier hinter mir auf dem Dach. Da nämlich, weiß ich ob ihr das erkennen könnt, da ist einmal Vollmontage. Also der hat eine komplette im Dach Solaranlage. Ja, die meisten von euch haben aber eben auch, weil sie noch kein Solar haben, so etwas wie da oben am Dach und das sind einfach Balkonkraftwerke. Nichts anderes. Es ist hier kein Balkon, sondern es ist ein Garagendach. Aber vom Prinzip her anmeldefrei und nur einmal registrieren im Markt Stammdatenregister und dann ein Speicher dran. Ja, und zu diesem Thema möchte ich mit euch heute was ganz Interessantes machen. Denn wenn im Winter wenig Sonne da ist, ist auch der Speicher meistens nicht voll. Und viele haben dann auch schon Angst, Tiefentladung und so weiter. Und da hat Sendur jetzt gesagt, hey, da haben wir was. Denn wir machen unseren Speicher im Prinzip bidirektional. Und wie das geht, das zeige ich euch nach dem Intro, geht es sofort los. So, und das ist im Prinzip jetzt das, was wir hier haben. Wir haben einmal den AB2000, das ist der Akku hier und wir haben den Hyper2000 hier. Das ist der MPP-Trecker, den zeige ich euch mal eben von Sendur. Ein massives Teil ist das. Hier oben habt ihr die Kühlrippen drauf, der wiegt wirklich einiges. Am Prinzip sonst hier eine kleine LED-Lichtleiste, sehen wir später nochmal Ein- und Ausschalter. Auf der anderen Seite habt ihr dann einmal den Netzanschluss für die Steckdose natürlich. Und hier seht ihr schon den MPP-Trecker, sprich die Anschlüsse für die Solarmodule. Der MPP-Trecker ist natürlich integriert und hier an der Seite habt ihr nur nochmal eben so ein paar Anschlüsse. Ja, das Ganze kann hier eine Eingangsleistung von 1800 Watt ab, über jeweils 900 Watt pro MPP-T und kann tatsächlich auch eine Output-Leistung von bis 1200 Watt abgeben. Nicht natürlich in Deutschland, hier ist das reglementiert auf 800 Watt, aber es geht. Das Ganze ist Plug-and-Play, also hochmassiv. Der AB2000 hier zum Beispiel ist jetzt der 2 Kilowattstunden Speicher, sind nicht ganz 2 Kilowattstunden, 1,9, 1 waren es glaube ich ungefähr, ist auch maximal massiv. Seht ihr hier, ist wirklich komplettes Metallgehäuse. Dann weht es nicht weg, hier die Griffe sind sehr massiv. Ihr hört das gerade hier und ja, Stacking, also das aufeinander stapeln. Ihr entfernt einfach die Gummihülle, dann kommt der Hyper 2000 oben drauf und das war es dann auch schon. Ihr könnt das Ganze dann stapeln, es gibt den AB2000 mit 2 Kilowattstunden, es gibt den AB1000 mit einer Kilowattstunde und ihr könnt das Ganze stapeln bis auf 8 Kilowattstunden, also 4 von den 2000ern übereinander zum Beispiel und euch den dann hier in die Garage stellen zum Beispiel. Ja, ansonsten Garantie 10 Jahre und dementsprechend seid ihr damit natürlich sehr gut aufgestellt, was die Zukunft angeht. Okay, ich würde sagen, stecken wir das Ganze mal eben zusammen und dann zeige ich euch mal eben, wie das installationstechnisch geht und wie das mit der Bidirektionalität geht. Weil nämlich in den Hyper 2000, da geht es nicht nur mit maximal 1200 Watt raus, es geht da sogar mit 1200 Watt wieder rein. So meine Lieben, wir haben hier oben vom Dach kommen schon die ganzen Kabel für die beiden Anlagen. Ich nehme den Akku, den stellen wir mal eben hier hin. Wie gesagt, den kann man nachher auch neben und nach darstellen, ja, also ist es mit diesen Griffen schon gut. Den Sendur, Hyper 2000, ne. So, jetzt entferne ich hier die Gummikappe hier und ihr müsst hier hinten, müsst ihr diese Kappe entfernen, damit dementsprechend das jetzt aufeinander gestapelt werden kann. So. Das war's schon. So einfach ist es manchmal. Falls ihr zwei Module habt, nehmt bitte das so, dass ihr einmal den einen MPP-Trecker hier nehmt, so, rechte Seite und einmal die linke Seite, so. Hat einfach den Vorteil, dass wenn aus irgendwelchen Gründen euch eins der beiden Module ausfällt, wegfällt, dass nicht die ganze Anlage da nicht mehr läuft, sondern dass ihr dementsprechend immer noch über die halbe Solarleistung mit Strom versorgt werdet. So. Und ansonsten ist das jetzt ja Plug and Play, das kennt ihr sicherlich. Da kann man auch nichts falsch machen. Wir haben uns das hier gekennzeichnet vom Dach, deswegen waren die Tesakreps dran, damit wir wissen, was von wem gehört. So. Das ist die erste Rutsche. So. Zack. Einmal ineinander stecken. Dieser Krepp weg. Zweimal ineinander stecken. Und das war's. So. Sind auch fest. Somit haben wir die Solaranlage jetzt schon mit dem ganzen Hyper verbunden. Jetzt fehlt natürlich noch der Stecker für die Steckdose. Auch das ist jetzt maximal einfach. Den suchen wir uns mal. Da ist er. Klack. So. Oben hier mal eben in die Steckdose. Hübsch machen kann man nachher immer noch. Wichtig ist auch so, dass es funktioniert. So. Und jetzt drehe ich das mal eben wieder zu euch. Das seht ihr nämlich schon. Das ist jetzt hier. Bootet. Hochfährt. Weil es grün leuchtet. Wahrscheinlich seht ihr das gar nicht so genau. Das mache ich mal eben separat. Ja. Und dann können wir eigentlich im Prinzip starten mit dem Einrichten. Dazu erstellt euch erstmal ein Sendur Account. Konto. Und müsst euch natürlich anmelden. Das geht eigentlich im Prinzip alles ganz schnell. So. Mal eben das Gerät suchen. Erlauben lassen, dass ihr Bluetooth nutzt. Und da seht ihr schon den Hyper 2000. So. Das Ganze könnt ihr jetzt per WLAN hinzufügen. Oder eben ohne Wi-Fi-Netzwerk. Nur über Bluetooth. Hat dann einige Nachteile. Deswegen würde ich natürlich immer empfehlen. Dass ihr das Ganze über euer WLAN-Netz macht. Ist ja im Prinzip auch kein Problem. Ihr wollt ja auch die Daten später auslesen können. So. Das geht im Prinzip ganz schnell. Hier seht ihr schon. Wi-Fi. 2,4 GHz. 5 GHz. Wird beides tatsächlich unterstützt. Sucht euch euer WLAN hier aus. Meldet euch dann im Prinzip an. So. Da ist das WLAN. WLAN-Kennboard rein. Und ab die Luzi. So. So. Passwort natürlich sicher für das WLAN. Dann verbindet er sich eben. Und dementsprechend sollte das dann eigentlich auch recht zügig gehen. Dass ihr hier angemeldet seid. Ihr seht, der Balken geht recht fix voran. Und springt gleich auch ziemlich schnell sogar auf 100. Da zählt es dann nur etwas anders als der normale Mensch, glaube ich. Also hier seht ihr. Von 19 auf 100. Ja. Dem ganzen System könnt ihr dann noch einen Namen geben. Hyper 2000 ist vorgegeben. Ich nenne es jetzt so, wie die Besitzer hier heißen. Das heißt, WENKE Balkonkraftwerk oder sowas. Damit wissen die dann auch, was hier in ihrem WLAN sich jetzt gerade angemeldet hat. Ja. Sollte man auch richtig schreiben. Mit W-E-E-R-K. So. Ja. Und das war es jetzt im Prinzip auch schon. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Ja. Da seht ihr. Das Gerät ist drin. Hat noch 65% Lanko. Und dann geht es natürlich schon zu den Firmware-Updates. Und ja. Das wird auch vom Sendur dann dementsprechend unterstützend gezeigt. Ihr seht hier die bunte LED-Anzeige. Geht recht zügig. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr genug WLAN-Verbindungen habt. Also dass die Netzwerkleistung aus WLANs auch in der Garage stark genug ist. Dann geht das hier auch recht zügig. Seht ihr gerade. Rennt recht schnell hoch. Bis auf die 99%, 100%. Ihr müsst tatsächlich auch die Balkon-Kraftwerke, also die Module nicht abklemmen. Das heißt, das passiert so. Dann fährt er irgendwann wieder neu hoch. Blinkt grün. Dann gibt es irgendwann ein Dauergrün-Licht. Und wenn das da ist, werdet ihr wieder beglückwünscht, dass das Update tatsächlich erfolgreich war und gut ist. Damit sind alle Updates auf dem System. Was hier wirklich ein großer Vorteil ist, so habe ich gerade gemerkt. Ihr könnt das PV-Modul oder die Module alle angeschlossen lassen und die Updates laufen trotzdem durch. Da gibt es andere Systeme, die auch gut sind. Die schaffen das nicht so gut. Und da habt ihr dann ein gefreeztes System. Müsst es tatsächlich auch neu aufsetzen. Die ganzen Daten der Vergangenheit sind dann weg, weil ihr einen Fehler gemacht habt. Und inzwischen wisst, dass ihr vorher alle Module abklemmt oder die Updates in der Nacht fährt, wo keine Last auf dem MPP-T ist. Und dann läuft das durch. Ist hier nicht der Fall. Laufen alle sauber durch, obwohl oben auf dem Dach PV drauf ist. Und das gucken wir uns jetzt mal eben an. Dazu mache ich natürlich wieder eine Bildschirmaufnahme. So, also hier haben wir das System der Familie Wenke. Wir sind Schweine wieder. So, und hier seht ihr jetzt gerade, dass oben vom Dach gar nicht so viel kommt. Also 124 Watt. Und vom Balkonkraftwerk kommen 7 und 8,20. Also hier unten in den Verbrauch hier. Und den Verbrauch, den können wir jetzt mal reduzieren, weil wie gesagt 800 Watt ist ja viel zu viel. Damit können wir das mal eben jetzt hier korrigieren. Ausgang fürs Haus, was weiß ich. Den können wir jetzt hier mal eben reduzieren und sagen zum Beispiel, was weiß ich. Mach mal weniger oder so. Also, wie ihr seht, kann man hier alles machen. Netzstromeingang. Das ist das, was ich eben gesagt habe, dieses bidirektionale. Und hier, das ist eigentlich das Killerkriterium, der Unique Selling Point für das System. Ihr könnt jetzt zum Beispiel über Rabot Charge, ihr könnt zum Beispiel über Nordpool oder ganz einfach über Clever TV. Clever TV, ja. Clever PV. Wo zum Beispiel auch Timber mit drin ist, könnt ihr jetzt sagen, okay, lade meinen Akku. Und dementsprechend hau hier einfach mal, was weiß ich, so und so viel Watt vom Netz hier rein, damit du den nähtst. Ausgangsleistung fürs Haus, wie gesagt, da gehen wir nochmal eben runter. Also, das sollten wir auf so eine Grundlastleistung machen. Ich schätze mal jetzt hier bei dem Haus, wo wir jetzt hier sind, liegt der so bei 250 Watt. So, speichern das Ganze. Kriegen auch gleich eine Bestätigung. Seht ihr jetzt hier gerade. Und dann sollte man hier, seht ihr jetzt unten links, ist der Verbrauch ans Haus nur noch 250 Watt. Oben vom Dach kommt gerade nicht viel, was ein bisschen bewölkt ist. Ist doch egal. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Bidirektionale, wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel PV-Überschuss habt, weil ihr eine große Salaranlage zusätzlich zu dem Balkonkraftwerk habt, dann könnt ihr natürlich auch den Überschuss in den Akku reinladen. Ihr könnt aber auch über die dynamischen Strompreise von Timber dann auch zum Beispiel den Strom aus der Nacht, wenn es besonders günstig ist oder wenn es windig ist oder whatever. Ihr seht das ja bei Timber, wann der Strom günstig ist. Dann haut ihn euch in den Akku, habt ihr später mehr, wenn es wieder teurer wird. Total geiles System, mag ich richtig gerne und finde ich es wirklich tatsächlich ein uniques Selling Point für dieses Sendur-System. Also kann man nichts sagen. Und für die Menschen, die jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich hier die Hausleistung auf 250 Watt geschätzt, weil ich es nicht weiß. Natürlich könnt ihr auch das ganze Sendur-System mit einem zum Beispiel Shelly EM3 Pro oder was weiß ich verbinden, und dann habt ihr natürlich die dynamischen Stromverbräuche des Hauses direkt hier am Sendur und könnt ihn dementsprechend halt auch einstellen. Hier zum Beispiel auch könnt ihr eine zeitliche Steuerung haben für den Energieplan und da unten habt ihr das, was ich gerade gesagt habe. Ihr könnt zum Beispiel intelligent das Ganze gestalten. Also dann müsst ihr hier reingehen und dann habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit mit intelligenten Steckdosen oder mit zum Beispiel dem Shelly Pro 3M oder hier sowas. Das seht ihr beim Smart CT unten. Könnt ihr dementsprechend hier was machen. Und dann, ihr könnt hier aber auch Strompreise, hier zum Beispiel Rabot Energy, wird gleich beworben, könnt ihr dann hier einstellen, okay, wann ist der Strompreis günstig? Hoher Preis, Zielpreis, niedriger Preis. Es sind so viele Optionen und jetzt setze ich mich einfach mal hier drauf, weil das ist so stabil und es ist viel bequemer. Die ihr hier tatsächlich machen könnt, das finde ich schon sehr, sehr geil. Okay, Maßnahmen festlegen beim Erreichen der hohen Preiszone, der normalen Preiszone und so weiter. Also für die Nerds unter euch habt ihr so viele tolle Möglichkeiten, hier einfach was zu machen und damit finde ich, ist das Sendur ein wirklich sehr geiles System. Ihr könnt wirklich auch sehr, sehr schnell euch hier zurechtfinden, Einstellungen, Akkueinstellungen zum Beispiel, ich habe jetzt hier Entladenbänden bei 5%. Ich habe mein Ankersystem zu Hause, das gerade auf 10% gestellt, warum? Es wird kälter und damit vermeide ich dann das Tiefentladen, das heißt, er hält ja so ein bisschen auch eine Akkutemperatur, brauche ich hier nicht, weil er natürlich auch bidirektional den Strom wieder reinspeist und so verhindert, dass die Batterie tief entladen wird. Also besser geht es tatsächlich gar nicht. Unten hier zum Beispiel, hier habt ihr noch Anweisungen zur regelmäßigen automatischen Batteriekalibrierung. Das System findet möchentlich oder monatlich eine Kalibrierung der Batteriekapazität, vollständig geladen, vollständig entladen durch, um genaue Daten sicherzustellen. Finde ich wirklich hervorragend, muss man ganz ehrlich sagen. Also von daher ein sehr, sehr ausgewogenes System. Kommen wir mal jetzt zu einem kleinen Fazit zu dem Sendur mit dem AB2000 und dem Hyper2000 oben und top. Ja, da steht es nun, das System von Sendur hier in dieser Form mit 2 Kilowattstunden Speicher in einer ganz normalen deutschen Normgarage und mit einer kleinen 840 Watt PV-Anlage oben auf dem Dach und hat mich wirklich positiv beeindruckt, weil einfach die Möglichkeiten hier, der modulare Aufbau, aber auch die Verlängerung des Total Operation der ganzen Anlage, wie nennt sie es, TUU heißt das im Fachjargon, ja, die wird einfach sowas von verlängert, weil ja zum Beispiel mit der intelligenten Anbindung an Rabot Charge, aber auch, und das finde ich viel, viel geiler, Clever PV-Anbindung mit Tibber in Verbindung. Das Ding ist eine eierlegende Wollmilchsau, wirklich, also das Ding ist für mich, so muss es sein. Und ihr müsst hier keine teure Anlage aufs Dach bauen, das ist eine kleine PV-Anlage. Das ganze System bekommt ihr gerade aktuell bei Sendur online für gerade mal 1100 Euro mit den beiden Modulen auf dem Dach. Wenn ihr sowieso schon was habt, dann haut da noch zwei Module dazu, geniales System, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass die Bewohner hier noch zwei Module dazunehmen und dann haben sie den maximalen Input von 1800 Watt schon fast erfüllt, nicht ganz. Also sind ja nur 420 Watt Module, hätten sie 450, dann hätten sie 900, 900, noch mal 900, dazu sind 1800. Und wie gesagt, über das Haus dann den noch mal zu laden, wenn sie dann jetzt einen cleveren Stromvertrag haben, den werde ich dann auch gleich noch mal mitverkaufen. Aber sonst, Junge, ein robustes System, also wirklich, die Dinger wiegen wirklich eine Tonne gefühlt, also haben wirklich ordentlich Gewicht, sind schön galvanisiertes Gehäuse aus Metall, Plug and Play, easy App, total schnell einzurichten, so soll es gehen. Wie gesagt, ich bin tatsächlich wirklich begeistert, auch von meinem System zu Hause, aber das Endur-System hier, was ich gerade aufgebaut habe, da muss ich schon ehrlich sagen, also da machen die sehr, sehr, sehr viel richtig, optisch auch schön und dementsprechend. Also ihr macht damit nichts falsch und wie gesagt, wenn ihr wirklich Menschen seid, die heute auch schon dynamische Stromtarife nutzt, ich kann es bei mir in der Mietswohnung leider noch nicht. Ich warte noch auf den Zähler und hoffe dann, dass es bald geht. Aber für solche Anwendungsfälle ist das natürlich ideal und wie gesagt, von mir eine ganz klare Empfehlung. Also in diesem Sinne, falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare damit und ansonsten feel free und nutzt die Sonne, Kinders. Bis dann, ciao!